Manche Türen sind doch schon so unlustig, weißt? Nein, fecht dich! Ich hab die ganze Rotze da drin! Meinst du dich nicht? Weiß ich nicht. Aber wir werden dir zu dir gesetzt. Oh Gott, Paddy, was machst du denn da? Halt die Scheiße! Scheiße, jetzt hab ich da Holz rein! Scheißegal, nimm's raus! Ich find's nicht, hä? Was hab ich denn da rein grad? Holz! Hä? Ach da, lol, ich hab's nicht gesehen. Gott, der Herr, was ist das hier? Warum rennt hier ein Zombie-Pigman rum? Erstmal angreifen! Ja! Kann der mal jemand töten? Wir müssen grad Kissen sortieren. Ja, sorry, tut mir leid. Paddy konnte, ach nee, weil ich soll ja ruhig sein. Wo kommt denn was rein? Ich hab doch keine Ahnung! Du warst doch hier der Meiste, nicht ich! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ich will von dir nicht mehr hören! Ich fand's schön! Was machst du da? Das unsere Betten wieder gehen! Lass es! Lass es! Was ist das jetzt? Ich probes aus, ob sie gehen! Nein, warte, ich hab nur noch eine Erwe! Warte! Stopp! Ich muss verschönern! Verfess ich aus, dafür musst du sterben! Geh weg! Jetzt geh doch doch mal weg! Danke! So! Jetzt! Lass mich jetzt! Mein ganzes Inventage ist noch voll! Ja, was? Alter! Alter! Das sind ja nichts! Ja, weil ich nicht geschlafen hab! Uah! Der Zombie packt euch heute deine Sachen an! Ja, was? Der Zombie packt euch heute seine Sachen an! Mann! Der Zombie packt euch heute seine Sachen an! Äh, wieso hat der, wieso alter Töte den mal schnell? Ich töte Patty gleich, wenn der so weiter macht! Der Zombie packt euch heute wieder durch die Decke! Ja, wenn der die Tür auflässt! Das weiß doch ich nicht! Ich bin raus und hab keinen Creeper gesehen! Trotzdem macht man immer den Türen zu! Ey, der kann... Der kann auch genauso vom Neto kommen! Ach ne, halt, kann er nicht! Der kann... vom Neto kommt sicher nix hierher! Das haben wir ja festgestellt! Oh Gott! Ich krieg' keinen Fallschern! Oh doch, ich krieg' einen Fallschern! Der Zombie packt euch! Das wird mir angezeigt, dass der hier unten ist bei der Pumpe! Aber der packt manchmal wieder hoch! Der ist eigentlich oben! Nein, der ist unten! Nein, der ist nicht unten! Der ist oben! Der ist oben! Schlag' mal da oben hin! Der ist oben! Der war aber grad eben nicht oben! Ich war doch grad eben da hin! Der ist ja runtergepackt, aber der ist eigentlich oben! Der war die ganze Zeit nicht mehr! Der ist irgendwo... Der ist irgendwo zwischen drinnen! Oh Gott, der ist doch hier! Jetzt ist doch hier! Schnell, 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 schnell! Er will den Tod nicht mehr! Ich bin 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 den Tod nicht mehr! Jawoll! Du bist ja auch im Wald, oder? Oh! Oh! Ich fokse mich! Und zu Hause und den bei Zombiepigmen ist eingelang, man! Fuck it! Ah! Oh lol, Alter! Nein, jetzt bin ich ganz weit unten! Kann denn jemand da stehen? Töte ihn, Joli, töte ihn! Heiko, wo bist du? Ich musste da runter, ich hab Flo-Life! Der ist unten, ich hab Flo-Life! Der ist unten, ich hab so ein bisschen eingesperrt! Heiko, wo zum Fick bist du? Ich musste da runter! Ich musste da runter! Ganz, ganz unten! Wüte den jetzt! Wie kommt man denn da hin? AHHHHHHHHHHHHH! Nein! Werb nicht! Sobald Heiko da ist, Alter! Ohne Spaß! Geh mal bitte drauf! Paddy, warte mal! Wie weit hast denn du noch? Ich hab's jetzt noch... Ohne Blöcke! Paddy, fick dich! Ich bin vor dir da! Ich seh dich! Nein, bist du nicht! Ich seh den Zombie-Pigman, Alter! Ich kann mich, glaub, so hinbacken, dass ich ihn töten kann! Mach's nicht! Das schiffst du auch noch! Nein, nein, nein! Einer muss bei den Sachen bleiben! Ja, ich hab jetzt wirklich seine Sachen! Hat er ein Schwert dabei gehabt? Natürlich nicht! Natürlich hab ich ein Schwert! Doch, ich hab ein Schwert! Das ist halt der Zombie-Pigman! Ja, das hat er in der Hand, aber das ist der Tod! Ich töte ihn grad nicht! Deswegen ist er fucking OP! Jetzt hab ich... Ich hab ihn getötet und ihr bewaffneten Leute, Alter! Das ist ja schrecklich! Ja, wir haben ihm Schaden zugefügt, dass der vielleicht noch ein Herz hat oder so! Ja, trotzdem! Ihr seid beide draufgegangen dabei! Ja, wie soll ich denn? Du hast dich verkrochen! Wir sind wenigstens in den Kampf gegangen! Ja, und gescheitert! Ja, gescheitert! Du hast dich verkrochen wie so eine Ameise! Ja, natürlich! Aber jetzt hab ich ihn! Oh, Mann! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich hab überall Zeug einfach! Ihr Liebes von mir da! Ich komm grad nirgendwo dahin! Tja, ich weiß wie man laufen muss! Weil ein gewisser Herr mich dauernd tötet! Das weiß ich nicht! Also ich bin da! Du musst unten rumlaufen! Du musst links vorbei! Da ist ein Zombie! Wieso gehen die Betten eigentlich immer noch nicht? Weil wir nicht geschlafen haben! Ganz einfach! Heiko, hast du meine Sachen mitgenommen? Ja, ich hab ein paar Sachen! Liegt da noch was? Ja! Oh, Gott! Spinne! Spinne! Warte mal! Ich mach jetzt mal folgendes! Hier, wo es nähter Portal steht, mach jetzt ne Kiste rein! Heiko, warum hast du dich nach unten gebuddelt? Hm? Ja, weil ich Lava gesucht hab! Also ich war gerade dabei! Warum hast du die Engines weggebaut? Weil da kommen andere Engines zurückkommt! Ich wollte die wieder anbauen! Da kam der Creeper daher! Die brauchen keine Erkühlung! Und die brauchen keine Rohstoffe! Die laufen einfach! Okay! Juli, gibst du bitte mal mal eine Sache oder hast du die irgendwo reingeschmissen? Ich hab deine... Was wir sagen überhaupt? In der Kiste beim Neto-Portal! Okay! Uh, Kiste! Äh, das war meins! Das war meins! Oh Gott! Und bei dem Rest weiß ich's nicht! Ich sortier einfach mal alles ein und dann nehm ich mir das raus, was ich brauch! Was ist das? Was sind denn Static Boots? Ja, ich hab immer mal Crafted! Ja! Ich hab mir glaub kein Wort Static! Ja, über Abba Boots hat man keinen Fallschaden! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Aber Juli, gib auch noch ein bisschen was! In einer anderen Kiste! Ja, genau die Wörter! Was war denn hier oben drin? Da war Essen drin, glaub ich, ja! Machst du die gerade noch die Wörter? Ja, die mach ich gleich! Ich muss noch schnell... Eh, ein bisschen sortieren und dann... Okay, ein bisschen Stress... Nein, gar nicht! Wo kommt das nicht auch her? Ja, wenn jemand die Tür offen lässt! Aber wirst du spawnen denn überhaupt hier? Ein gewisser Herr Julian? Na, ich doch nicht! Nein, du dann halt! Ja, wirst du spawnen überhaupt hier? Ja, weißt du eh nicht, ob die das spawnen? Stimmt doch gar nicht! Boah! Ja, nein! Ich mein überhaupt hier in der Welt! Der kann auch nur im Neto spawnen, hab ich gehört! Was denn Creeper? Nein! Nein, ich mein den Zombie-Pigmen! Achso, die kommen durchs Portal durch! Ja, weiß ich, die kommen durch, aber wir nicht! Ja, weil der hier... Die müssen hier nur einen Lock hoch springen! Hä? Die müssen hier nur einen Lock hoch springen, dann kann sie hier durch! Ja, nein! Ja, doch! Äh, hat jemand mein Schwert? Das ist in der Kiste drin, du Depp! Oh Gott! Portal ist echt gefährlich! Boah, halt die Fresse! Boah, da können wir bitte aufhören! Tja, aber du hast noch Bock! Ich mach jetzt auch jedes Mal die Tür zu! Da hast du das letzte Mal auch schon gesagt! Und dir gesagt, dass die Türen zu machen! Das war vor ein paar Wochen! Ja, und? Was verlangst du von mir? Was? Da reing ich mich auch gerade hin! Na, guck! Wo zum Alles in der Welt ist denn die Bedbox, bitte! Ja, hier, warte! Oh, der hat dich schon wieder zugebaut! Ja, von hinten, geh von hinten hin! Wir müssen ja nicht! Wir können ja auch hier von vorne so! Zack! Hi! 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 Hier sind wir jetzt hier dahin gehen! Ja! Was? Liliili! Ey, f*** dich! Ich geh mir zurück! Hab' ich schon! Was? Achso! Nicht schon! Oh, ich hab' mal was zu essen! Äh... Ja, lass doch mal was! Was kann essen mehr! Wo ist denn das? Das ist wahrscheinlich in irgendeiner andere Geste! Oh, Gott! Oh, Gott! Wow, ich hab' eine Fackel! Das ist ja krass! Ja, das ist nicht da! Gut! So! Jetzt! Äh... Gut! Ja, genau! Da war' noch was! Oh, Gott! Ja, ich bin gleich! Ich bin gerade dabei! Ich kann's auch schon machen! Nein, ich mach's jetzt weg! Okay! Patti, ich hab' deine Säge! Bb! Ich hab' deine Cross! Hey, ich hab' meine Säge wieder! Hahaha! Und ich hab' deine Pfeile! Hey! Oh, ich hab' die ganzen Pfeile! Gib' mir erst! Die brauch' ich für meine... Armbrust! Äh...